Die Premier League Saison 2022-2023 ist beendet und natürlich gibt es auch zu dieser Liga mein Team der Saison und ich musste schon so ein bisschen kreativ werden, also das System ist tatsächlich so eine Art 3-5-2, ähnlich wie es Union spielt, aber ja, wir kommen mal zu den Spielern und fangen direkt mal im Tor an. Und da gibt es für mich eigentlich nur zwei Optionen, letztendlich habe ich mich für Alisson entschieden mit 8,52 verhinderten Toren in der Saison, also wenn man jetzt die erwarteten Tore berechnet, wie viel der Torhüter halten konnte. Die Statistik führt tatsächlich ein Bernd Leno an mit 9,47 verhinderten Toren und dem hat es auf jeden Fall auch extrem gut getan, bei einer Mannschaft zu spielen, wo er viel mehr Schüsse halten muss, wie jetzt selber mit dem Ball am Fuß aktiv zu werden. Also bei Fulham war der echt ein guter Rückhalt, dennoch für mich Alisson hier die Wahl, weil er einfach auch mit dem Ball am Fuß generell in der Premier League extrem stark war. Klar, der eine Fehler, aber der war halt eben in der Champions League und in der Liga war er echt ein sehr wichtiger Rückhalt, sowohl als es für Liverpool lief, aber auch als es noch nicht so gut für sie lief in der Saison. Dann habe ich wie gesagt eine Dreierkette, wobei mein rechter Innenverteidiger John Stones ist, der meiner Meinung nach neben seiner spielerischen Qualität vor allem die Systemfrage bei Manchester City geklärt hat, die sie letztendlich in die Position gebracht hat, die Möglichkeit zu haben, alle drei Titel zu gewinnen und deshalb für mich John Stones. Aber man kann natürlich auch einen Salibar von Arsenal erwähnen, wo man erst so wirklich gemerkt hat, als er raus war, wie wichtig er für das Arsenal-System war. Wir machen weiter, nicht mit dem zentralen Innenverteidiger, sondern erstmal mit dem linken. Und da spielt bei mir Luke Shaw, hat in der Realität tatsächlich auch recht viel Innenverteidiger gespielt unter Ten Hag, vor allem auch in der Viererkette. Und für mich ist er einfach der beste Linksverteidiger der Saison gewesen. Ich habe da jetzt nicht mehr wirklich Alternativen gesehen, die ich ja erwähnen könnte. Und der könnte die Rolle in der Dreierkette, glaube ich, perfekt bestücken. Dennoch als natürliche linke Innenverteidiger möchte ich hier noch Lisandro Martinez erwähnen, der dann aber leider zum Ende hin verletzt war. Und auch einen Sven Botmann von Newcastle, der Holländer, war extrem stark und wichtig für die Champions-League-Qualifikation. Mein zentraler Innenverteidiger ist tatsächlich ein Sechser mit Casemiro. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum nicht auf seiner natürlichen Position. Aber ich habe halt vor ihm auch drei Mittelfeldspieler. Und vier zentrale Mittelfeldspieler wäre ein bisschen schwierig gewesen. Vielleicht in der Raute, je nachdem. Aber ich habe es jetzt einfach mal so angeordnet. Und Casemiro für mich einfach der beste Sechser der Welt. Wenngleich man natürlich auch einen Rotri erwähnen muss von City. Einen Bruno Guimaraes von Newcastle extrem wichtig auf der Sechs. Der zweitwichtigste Spieler bei Newcastle nach einem anderen, der hier auch noch kommen wird. Und auch ein João Palinja war extrem wichtig für Fulham auf der Sechs. Im zentralen Mittelfeld spielt für mich tatsächlich ein Deutscher. Und es ist nicht Ilkay Gündogan, sondern Pascal Groß, der mit Brighton einfach extrem gut performt hat. War deren Topscorer in der Liga generell extrem torgefährlich. Sei es jetzt als Achter oder inverser Rechtsverteidiger. Konnte da eigentlich alles spielen. Und hat Brighton mit als wichtigster Spieler zur Europa League Qualifikation verholfen. Außerdem erwähnen muss man natürlich seinen Teamkollegen Kai Sedo. Auch extrem guter Sechser bzw. Achter. Zudem ein James Madison, der extrem gute Werte aufweisen kann. Mit einer der besten Saisons seiner Karriere gespielt. Auch wenn Leicester letztendlich abgestiegen ist. Und auch Granit Xhaka ist extrem aufgeblüht auf der vorgezogenen Achterrolle bei Arsenal. Die zwei vorderen Achter sind bei mir jeweils Zehner aus ihrem eigenen Team. Und zwar habe ich da rechts Martin Oedegaard von Arsenal. Und ich mache links gleich auch noch. Da habe ich Bruno Fanant von Manchester United. Ja, es war extrem schwierig. Ich hatte da eigentlich drei Spieler für die zwei Positionen zur Auswahl. Mit Kevin De Bruyne natürlich noch. Der auch eine überragende Saison gespielt hat. Letztendlich habe ich mich für Fanant und Oedegaard entschieden. Einzig und allein aus dem Grund, dass sie einfach im Verhältnis zu ihrem Team viel wichtiger sind für die Mannschaft. Weil ja, ein De Bruyne ist natürlich auch wichtig. Aber er carriert die Mannschaft nicht so stark wie jetzt ein Fanant oder Oedegaard bei ihren Teams. Die beide eine herausragende Saison gespielt haben. Mein rechter Schienenspieler ist ein Rechtsverteidiger in einer Viererkette. Und zwar wie vorhin angekündigt, Kieran Trippier von Newcastle. Ist für mich tatsächlich die klarste Wahl in dem ganzen Team. Weil auf seiner Position hat er eigentlich auch keine Konkurrenz. Nichtsdestotrotz ist er ein herausragender Spieler. Hat mit die meisten erwarteten Tore vorbereitet. Extrem guter Kreativspieler, gute Standards. Und einfach der wichtigste Spieler für Newcastle gewesen. Neben Bruno Guimaraes. Ansonsten kann man natürlich als klassischen rechten Flügel auch noch einen Salah erwähnen. Der auch die gesamte Saison über gut gescored hat. Und einen Bukayo Saka muss man erwähnen. Der bei seinem Team Arsenal extrem gut performt hat auf dem rechten Flügel. Und genau deshalb kommen wir jetzt zu meinem linken Schienenspieler. Denn der ist Bukayo Saka. Hat es ja auch schon des Öfteren gespielt. Quasi als linker Außenverteidiger in einer Fünferkette. Deshalb packe ich ihn jetzt hier hin. Weil er hat es sich auch auf jeden Fall verdient in dieses Team zu kommen. Dennoch muss ich als klassische linke Flügel noch einen Rashford und Grealish hervorheben. Die beide für die Manchester Teams extrem gut waren. Aber letztendlich hat es halt leider nicht ganz gereicht für mich. Im Sturm ist es tatsächlich recht klar für mich. Und da mache ich auch gleich beide Stürmer. Denn ich habe mir einfach die Statistiken angeschaut. Und dann war mir sofort klar, ich brauche ein System mit einer Doppelspitze. Bestehend aus Erling Haaland und Harry Kane. Mit großem Abstand die beiden Topscorer der Liga. Haaland mit 44 Torbeteiligungen. Kane mit 33. Und somit mussten einfach beide hier rein. Ein Kane auch trotz dessen. Beziehungsweise erst recht, weil Tottenham nur Achter wurde letztendlich. Hat trotzdem so viel gescored und deshalb für mich beide auf jeden Fall eine Pflicht für das Team der Saison aus der Premier League. Auch hier gibt es natürlich noch Honorable Mentions. Und zwar allesamt englische Stürmer. Mit Ivan Toney, Watkins und Wilson von Newcastle. Die hätten auch alle eine Nominierung verdient gehabt. Aber der Rest war halt zu gut, als dass sie hier eine Chance hätten. Das war also mein Premier League Team of the Season. Was sagt ihr zu meinem Team? Hättet ihr was anders gemacht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.